um oder mal etwas schlimmes nam ob das gelb ein bisschen dunkler ist warum kannst du nicht das richtige gelb nehmen kannst du nicht mit so einer Farbpipette wie bei Paint einfach das gelb rausziehen das hellste gelb immer das gelbste gelb haben wir doch ja ein gelbes halt, klein ist das so wie mein LKW ah das weiß von hinten das weiß von hinten da gehört gerade zum LKW kannst du gar nicht auf der Fahrt da muss doch kurbeln das geht doch gar nicht Zugverband glaube ich ein Sattelzug ja ein Sattelzug weil ich hab den ja hinten aufgesattelt diesen Auflieger nicht zum Aufliegerverbund Zugverbund Zugmaschine vorne richtig ganz schöne Kurven hier ich hab mir auch kein Licht an ich wundere mich warum es so finster war ach deswegen hat das vor uns da geschrieben ich dachte ich hatte Fernlicht an deswegen das meinte da war irgendwas Headlights Headlights Kopflicht wo unten hier hier im Spiel ja ach so das hast du mir übersehen ja gut da kam wohl einer entgegen oder was ich dachte das könnte da gewesen sein ich hab noch das gesehen und es kam davor einer entgegen also ich nahm an das war dasselbe aber na gut ich bin halt auch schon früh aufgestanden ich auch so um neun ja mach mach die scheiße am Wochenende mach ich zumindest wach auf dem ja ich war einfach wach auf dem ich hab zwar noch ne Stunde lang ich nenn es mal brutzeln also ich konnte einfach nimmer schlafen brutzeln 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 brutzelt brutzelt vielleicht mal vielleicht macht der Gron mittlerweile Streams auf YouTube ja ja na hier liegt jeder auf dem Dach ach 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 hä what the fuck ach das gelb wäre dasselbe ne natürlich da musst du jetzt das dann irgendwie hoch ist also in schlechtes an der ob die community zur verfügung dieses wie bei das war natürlich richtig geil supergeil bei der katze erdacht wurde das wo abgabe noch zwei spiel ja ich sehe nicht ich bin offline das ist aber ach der ist gut da hält er hat doch mal sagen können der bock offen ja 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 ich muss links warum sagst du jetzt nichts mehr an der wichtigsten stelle sagst du nix ja da kommt wien Ja, kann man das veröffentlichen? Was? Euren Missstand zueinander. Es gibt doch keinen Missstand. Also du weißt jetzt, dass du das in der Community preisst, das musst du nicht lassen. Aber bei mir das Thema, ich habe denen ja nicht auf seine Nachrichten geantwortet, dass es keinerlei Beweise und Bildmaterial dazu gibt, was in irgendeinem Video oder was gegen mich verwendet werden kann. Das war ja mein Thema, weswegen ich darauf nicht weiter geantwortet habe in den letzten 14 Tagen. Wo ich ihn einfach labern lassen habe. Mir ist egal, ich bin diesmal nicht beteiligt, deswegen ist es mir egal. Mir ist alles mittlerweile egal. Ich sage immer, es ist mir egal. Weiterhin 15 Uhr. Ist mir egal. Du bist jetzt hier, ich fahr mal hin kurz eine Runde. Ach ne, das kann was werden mit dem Einling. Ach so, scheiße. Ich kann doch nicht parken. Müssen die das so realistisch machen. Kann man ja einfach sagen, was ist da, parken sie ein, automatisch. Ja, so wird es nix. Ja, im Singleplayer geht das auch. Wenn automatisch einparken. Gar nichts los in Wien, das wundert mich. Spielen die alle kein ETS? Ja, scheiß Jobcenter, Alter. Jobcenter und LKW hätten wir während der Fokus als Fragezeichen gezeichnet, dass man nicht erkannt hat. Wir füllen den Müll. Ah, das ist zu weit drüben. Oder? Wie fegt? Wie fegt? Wie fegt? Wie fegt? Wie fegt? Nee, das kann nix werden. Ah, was mache ich denn für scheiße? Ich drehe ja noch meine Runden. Ja, das dauert, ne, das dauert. Ja, lass uns mal. Und das dauert. Einfach mal geradeaus drücken. Boah, Junge, Junge! Ja, aber trotzdem kann man auch mal fahren, ganz schön. Überhaupt. Kein Thema. Ja, so muss das klappen, genau. Grobeln. Absatteln. Grobeln? Grobeln, habe ich gesagt. Rücksichtslos. Na gut. Gibt halt kein Geld. Ich arbeite halt kostenlos, na gut. Haben wir hier ne Werkstatt in der Nähe? Nee. Beim LKW... Ich habe noch ein paar Fragezeichen auf der Karte. Na doch, da... Da gehe ich gleich mal reparieren. Ich habe zwar nur 7%, aber... Keine Vorsorge. Ja, ich fahre einfach mal rein. Danach gucke ich mal, ob es was Feines gibt nach Budapest dann hier aus. Ob der Frachtmarkt überhaupt noch funktioniert? Das ändert sich ja noch ein paar Minuten. Na, wenn der vor uns gegangen ist, geht er meistens jetzt auch noch. Herr Korsten, na, was leid? Ich fahre mal noch ein paar Bücher um. Warum sind denn die Bücher so massiv? Ich kann mal gerne umfahren. Dreck mal 16%, 9% drauf. Schön wird das 6000. Alter, da fahre ich noch mit so einem scheiß kaputten Anhänger auf. Hallo? Warum kommt jetzt die Anzeige nicht zum Reparieren? Jetzt. Sehr gut. Wartung. 20.000, wieder weg. Na gut. Ich glaube, auf dem Faden mache ich nie Plus. Hm. Ich merke es auch. Wien. Nach... Zumindest eine kurze. Gut. In Ungarn. Ich hätte einer nach... Äh... Bei Budapest durch nach... Warte? Wie spricht man das aus? Da ist ein S und dann... Ja, genau. Genau. Das wäre mein... Das wäre die einzige Richtung, die jetzt ging. Ja, so. Gucken wir uns das mal an. Jetzt muss ich aber wieder einstellen. Warte. Warte. Wien. Was ist hier jetzt? Es muss ja alles hier immer genau richtig sein. Den Text meine ich jetzt. Ach so. Aber willst du da Wien, Budapest? Nee, ich war ja... Wie kann ich schreiben? Nee. Mal einfach nur süß. Ich dachte jetzt süß hier, äh... Budapest ist als Zwischenhalt. Ja, das kann man sich denken. Okay. Gut. Ähm... Wo musst du denn hin? Ich will das mal wieder ins Spiel. Hab ich das gar nicht angenommen, ne? Als Frachtmarkt. Naja. Okay. Das klingt grad... Das klingt wie so ein Kommunikationsversuch. In so einem Alien. Boah boah. Also Star Wars hab ich grad gefühlt. Mit Chewbacca oder so. Was ist hier denn eigentlich? Nee, oder diese, diese, diese... Faltenviecher. Wie hessen die denn? Diese... Schleim... Schleim... Dinger da. So. Die so zerfaltet aussehen. Ja. Keine Ahnung wie die heißen. Ähm das... Ah mein ich unsere Schriftart. Ähm Quack Johnny nennen sie das. Quack und Johnny. Ja. Quack und Johnny. Oh schon will das Leidmann gemacht. Also wie Quack und ED und Johnny. Quack, Johnny. Oh ne. Ahhhh. Halt's. Ahhhh. Aufdruck einnehmen. Oh es blitzt bei mir im Spiel. Ist das Regen? Gewitter oder? Weiß nicht. Ich fäng noch nicht an drücken. Es hat auch grad was geblitzt. Ähm aber du hast... Vielleicht hast... Wurtest du geblitzt? Ich warte nicht. Ich hab doch kein Sprache ein. Ja aber keiner sein dass trotzdem geblitzt wirst. Wenn der irgendwo... Aber weiß hell am Horizont. Ja n... Die blitzen halt jetzt vom Hochstand aus oder so. Ich glaub vom Mond aus. Vom Mond aus? Das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ja. Null Prozent noch. Na gucken wie lange. Ich fahr jetzt los. Hast du schon? Ja ich steh hier außen auf dem Bordstein. Fähne. Du musst eh vorne weg weil du musst irgendwann mal abbiegen. Polaris Line. Nice. Tja kannst mal sehen. Vom Polarkreis komm ich. Was hab ich denn so? Ich hab hier irgendeinen... Container? Container drauf. Dosen tun für ich. Sieben Tonnen. Na ist bei dir. Na gut. Ich hab immer Dache, Junge. Die wollten mal verschacheln irgendwo. Bullenmark. Na bei den Umgang kannst du den auch verschacheln. Achso gut. Das ist doch bestimmt ähnlich hier. Ja dann machen wir uns das dann. Das ist ja kein Thema. Da brauch ich ja nicht so weit zuvor. Haben wir denn überhaupt noch Zuschauer? Eins. Immer noch. Ja da. Niklas. Der hat gerade das Repainter stellt hier. Oh. Ich will mehr. Ich will mehr. Dann musst du mal mit deiner Buddies anrufen hier mal vorher. Ankündigen oder meinst du hier? Anrufen mal hier in deiner Klasse. Oh Gott. Oh Gott. Machst du bei dir auf Arbeit und so? Ja guck mal. Ich bin Natalie und Natalie und so. Ich hab immer alle hier zu. Und wissen wir mal was da Karsten hier so macht. Wir haben zwei Mädchen in der Klasse oder so. Ja den Nadine und den Natalie halten. Ja. Schandalen. Nee die heißen lustigerweise nicht so. Bärbel. Ja. Alter wer heißt denn heute noch Bärbel? Man kann ja mal fahren. Ulz. Ulz. Wie ist das dann halt? Ich fahr jetzt rechts ab. Ja. Ich auch. Na gut. Das brauchst du nur sagen wenn da. Oh Bratislava war das nicht. Nee das ist Budapest. Bratislava knechere auch. Aus Russland? Nein Ungarn. Das ist aber knapp du. Das ist aber knapp du. Ja. Ja leuchtbar hier. Ich schaff das. Ei ich hab was hinten drauf. Ich bin grad voll davon ausgegangen dass ich gar nichts hinten drauf hab. Ich bin grad so gefahren wie jetzt. Wär ich leer. Wie viel Tonnen hast du? Scheiße sieben. Ja. Ja. Okay Felix ist ein guter Trick einfach so fahren als ob du keinen Auflieger drauf hast. Da fährst du am besten. Krass dass ich nichts mitgenommen hab. Krass dass ich nichts mitgenommen hab. Ich glaub mein Anhänger hat. Ja. Nee bei mir gar nicht weil. Ich bin extra so gefahren dass es irgendwie nach vorne so klappt. Hinten hab ich gar nicht geachtet. Na gut. Guter Trick. Parkplatz. Und Tankstelle. Wir machen Parkplatz. So fast ne gute Zahl 288.898 und 368 Euro. Auf mein Konto. Wenn du nur achten wär das cooler aber. Kann doch nicht alles haben. Wie für Garagen hast du eigentlich im Besitz? Boah. Keine Ahnung. Ich hab ja immer ein Blöbelstähne in Leibsch. Achso. Jo. Ist doch nicht viel. Ein Dreieck hab ich jetzt. Zwei Mitarbeiter. Ja ich sag dir dann hab ich. Ich geb dir dann mal die Daten durch wenn ich mal anhalte. Also bei dir wahrscheinlich dann in Budapest. Also wir Daten brechen. Ja. Wie viele tausend Mitarbeiter und wie viele hunderttausend Trucks und wie viele Millionen von den Haltestellen. Wie heißen die Garagen? Haltestellen. Blockschubben. Ja. Haltepunkte. Ach jetzt? Wo sind meine jetzt? Fahrzeugsaufbewahrungsgebäuden. Ja. Ja. Ich müsste jetzt geradeaus. Beton ummantelt. Geradeaus wäre es bei mir jetzt. Ja na das geht nach links. Geradeaus geht er gar nicht. Dann geradeaus und dann irgendwo weiter drehen. Ja genau. Achtung hier sind wir die Leitplanken sehr eng. Ja ich fahr wieder so als ob ich nach vorne fahre. Also wenn ein rechtster Leitplank wäre wäre echt scheiße. Wohl würde auch gehen also. Ja wenn man richtig fährt. Ja. Ja. Also mit so 60 € hoch und mit 80 €. Ne 40 € ist ja bloß ja lauf zu hoch. Ja aber mit 40 € hoch. Für Laster oder für alle? Für LKW. Ah ne vorhin nicht nur 40 €. Steht nur offizieller 40 € hoch. Achso für alle 80 € scheiße. Ja. Das kann da gar nichts werden. Ja. Mich wundert dass der DAX noch keine da war. Der hat doch vielleicht übersehen das zu streamen. Ja. Oh shit. Oder der sitzt heute mal nicht an seinem Computer. Oder kommt das selten vor. Es regnet also ich glaube. Das kann ich mir gar nicht vorstellen was man sonst machen soll. Obwohl es regnet nicht in ganz Deutschland. Gut mein Bruder ist auch bei einer Einzugsfeier. Von einem Typ der da eigentlich schon 2 Jahre wohnt. Haha. Ich weiss nicht wie das geht aber anscheinend schon. Oh ein Blitzer. Schön. Oder war das gerade was anderes. Ah jetzt kam der Platz. Was ist das für eine Kurve hier. Deswegen habe ich mal ein bisschen abgebreitet. Das war ja jetzt gerade. Das war ja jetzt fast geradeaus in die Leitplankerellen so. Hast du Schaden? Ne ne. Boah. Ich konnte mich da jetzt gut retten. Oh fuck Licht aus. Ah Fenster. Siehst du das jetzt? Meinst du an Licht? Ja das sehe ich. Ich hab bloß im Rücken gehalten. Ja. Bist du mit Licht anmaßt. Na jetzt müsst ihr aber eigentlich mehr anzeigen jetzt. Also vor dir eigentlich auch noch. Mein Tab geht auch gerade wieder was hier los. Hallo. Meins geht noch. Hast du vielleicht gerade irgendwas umgestellt? Um. Schalt. Oder. Keine Ahnung. Ah Shift. Das geht ja. Wenn du mal Y und irgendwas schreibst. Kannst du was schreiben. Ja das geht. Ah. Ja. Okay dann. Keine Ahnung. Das ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. So ein schönes Lied. Ist so finster halt. Ich wollte lieber mit Fernlicht. Ja okay. Oh. Dauerfernlicht. Dominik Gamer ist am Start. War da nicht heute schon mal da am Anfang? Ich hab keine Ahnung. Ja Standard Kommentare schreiben. Hey Felix. Der. Mit dem Standard. Mit dem. Mit dem Standardkommentar. Ja hey. Und dann hey Felix. Ich dachte er war heute schon mal da. Okay. Gut.